Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, müsste jemand etwas sagen, oder einfach das Fliegerfon herunterziehen können? Das ist ein bisschen. Einfach ein Brottenläufer angenommen. Eine Minutenpflege, eine Heizempflege. Ja, wir sind hier auch bei den Auszubildenden Vertretungen da. Schade, dass wir es nicht mehr von unserer Schule geschafft haben. Wir sind definitiv für eine Pflegekammer. Und die Zustände sind einfach nicht mehr tragbar. Deswegen haben wir hier auch so schöne Schilder, die genau treffend formulieren, was wir sind. Und deswegen legen wir uns hier hin, weil wir der Meinung sind, dass die Zustände sich eindeutig verändern müssen. Jetzt stelle ich mir nur einmal vor, die ganzen Gelder, die in Schönefeld versenkt worden sind, wären in der Pflege eingesetzt worden, im Krankenwesen. Das wäre mal was gewesen. Dann hätten wir alle einen guten Job. Liebe Bürger! Ja super! Berliner, Touristen und alle, die uns hier sehen. Niemand möchte sich so versorgt wissen. Wenn man liebt, dann möchte man seine Lieben auch ordentlich pflegen können. Ich möchte meine Mutter nicht so pflegen. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Super, ist super. Legt euch da zusätzlich. Los, legt euch alle mit hin. Okay, danke. Ach, du hast aber so kühn. So, wer möchte noch? Ich laufe einfach mal hier rum. Gute Pflege ist wertvoll. Und es wäre sehr schön, wenn das Stellenwert dessen endlich mal anerkannt wird. Ich möchte erstmal ganz doll bedanken die Leute, die sich hier hinlegen und für unsere Zukunft, unsere Leute, für uns alle mitmachen. Wir möchten nur menschenwürdiges pflegen, nicht mit nach Minuten pflegen, mit Respekt, mit Zeit, alles, was uns so gehört, einfach mitmachen. Danke für euch alle. Uuuuh! So, ich laufe mal weiter. Hallo? Hallo? Wer möchte? Der Löwe, ich wollte. Was denn? Keiner noch zu morgen? Nee, und der Joachim möchte noch was sagen. Der Joachim. So, wir gehört. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Wo bist du? Wo bist du? Hier in die Kamera. Der steht und macht es runter. Der steht. Der ist nicht da. So, der sagt noch was. Also wir lieben jetzt schon fünf Minuten, noch weitere fünf Minuten. Pflege am Boden ist übrigens ein neuer Pflegestandard. Und es ist die Prophylaxe, endlich gut sagen, dass es so nicht mehr geht. Keine Bodenhaltung in der Pflege. Wir liegen hier am Boden, damit wir recht bald wieder aufstehen. So, wer möchte noch etwas hier? Mit so viel Schlauerfisch zu tun. Der Rad geht runter. Hallo, nein. Gut. Hier ist eine Meldung. Da ist eine Meldung, super. Ja, wo liegt. Also wir liegen jetzt hier gemeinsam. Wir sollten aber danach aufstehen gemeinsam und protestieren, zur Not auch streiken. Das ist das einzige Mittel, was hilft. Menschen statt Profit. Und dann, wir sind hier ein Wunder! Danke! Wuhuuu! Alle, die Angst haben einfach nicht mehr richtig versorgen zu werden... Gäste und klicken! Super, hast du! Ja! Hallo, du, du. Hier haben euer Auffüllung. Die Pflege besteht nicht nur aus schnellem Waschen, Essen reichen, schnell mal die Medikamente verabreichen und abtöpfen. Wir brauchen einfach mehr Personal für die Bewohner. Wir brauchen Zeit für die Gespräche. Die Menschen sind einsam, alleine, haben oft keine Angehörigen mehr, sind traurig. Und das ist das, was wir den Menschen reden können. Also hinlegen, wir machen weiter, bis es irgendwann mal ändert. Super! Pflege ist ein gesellschaftlicher Wert. Pflege bedeutet, dass es der Gesellschaft besser gehen kann. An guter Pflege erkennt man, wie es der Gesellschaft geht. So wie wir momentan leben müssen, kann es uns nicht so gut gehen. Sie? Ich halte auch noch nicht. Sie? Es kann nicht sein, dass Menschen als Grafit benutzt werden. Wir müssen was tun. Wir müssen das Gesundheitssystem verändern, damit endlich die Menschen in Würde und bedürfnisorientiert gepflegt werden. Also, wie gesagt, mein Kult geht gerade so hoch. Aber ihr seid doch alle ruhig, wenn es ein Notfall gibt. Und wir sind im Pflegenotfall. Notstand bedeutet Pflegenotfall. Sprecht einfach. Es geht einfach darum, sich zu zeigen, wir können nicht mehr. Wer möchte noch? Wir müssen die Sache selber in die Hand nehmen und selber was verändern. Wir sind dabei. So, die 10 Minuten sind schon vorbei. Die letzte Minute ist angebrochen. Wir fangen einfach an runter zu zählen. 59, 58, 57, 56, 54, 54, 45, 45, 43, 43, 43, 41, 40, 39, 38, 54, 45, 44, 48, 45, 45, 45, 46, 45, 45, 43. 23, 23, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20. 13, 12, 11, 14, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.